Liebe Zuschauer von FAM TV, liebe Fans, liebe Freunde, und schon wieder ist Weihnachtszeit. Die Bimmelbaumusikanten sind gerade auf Weihnachtstour mit ihrem Programm, ein bunten Mix aus besinnlichen und fröhlichen Winter- und Weihnachtsliedern. Wir haben in diesem Jahr viele schöne Veranstaltungen gespielt. Ein Highlight war unser 40-jähriges Jubiläum. Zwei Veranstaltungen spielten wir zum 40-jährigen Jubiläum im März im Leidenhof in Geising und im September im Erbgericht in Reinhardtskremmer, gemeinsam mit Erzvogal und den Bergsängern Geier. Wer nicht dabei sein konnte, der geht mal auf unsere Internetseite www.bimmelba.de. Dort gibt es Videos von den Veranstaltungen, CDs und auch DVDs. Und noch viel Interessantes zu entdecken von unserer Gruppe. Und wir kommen in diesem Jahr auch in ihre Weihnachtsstuben. Am Heiligabend in der Sendung Stille Nacht im Arzgebirg singen wir allen Zuschauern Heilige Nacht im Arzgebirg. Und auch bei FMTV waren wir in diesem Jahr. Wir sind bis ins Finale des Vereinsquiz gekommen. Wir wünschen allen Zuschauern, Freunden und Fans eine wunderschöne Adventszeit und frohe und gesunde Weihnachten. Und kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Wir sehen uns. Und die Bimmelbaumusikanten wünschen allen zusammen frohe Weihnacht. Ja, hallo, hier ist Madeleine Wolf. Ja, und ich bin mit dem Bimmelbaumusikanten Weihnachten unterwegs für euch und natürlich auch mit meinen Soloprogrammen. Und ich möchte euch jetzt einfach noch einladen, ja, ein schönes Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Vielleicht ein paar Karten für die Silvesterveranstaltung in Reinhardtskremmer im Erbgericht. Da gibt es eine tolle Silvesterparty mit mir und vielleicht ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ja, auch im nächsten Jahr bin ich natürlich viel unterwegs mit den Bimmelbaumusikanten oder auch mit meinen Soloprogrammen. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei.